Hallo zusammen, herzlich willkommen zum versprochenen Teil 1 der Gutschein-Codes aus dem gestrigen Star Stable Live-Event. In diesem ersten Video werde ich euch die vier Codes mitteilen, die 200 Star Coins bringen. Und im zweiten, was dann gleich noch folgt, zeige ich euch, welche Codes ihr braucht, um an das Set zu kommen. Wichtig zuallererst, da die Seite gestern down war, hat Star Stable die Zeit, die ihr die Codes einlösen könnt, verlängert um 24 Stunden. Das heißt, bis morgen Nachmittag, 15 Uhr so um den Dreh, aller spätestens, würde ich sie einlösen. Ansonsten weiß ich nicht, ob das bei euch noch funktioniert, aber bis morgen Nachmittag habt ihr auf jeden Fall Zeit dazu, sie einzulösen. Aber wie gesagt, lasst euch nicht allzu viel Zeit. Das kann ich euch nur nochmal empfehlen. Also, hier die ersten vier Gutschein-Codes, die jeweils 50 Star Coins gegeben haben. Da haben wir SSL Summer 18, dann haben wir This Is Not A Code, dann haben wir Ambassador's Rock und wir haben Secret Code. Da das jetzt immer so viele Codes sind, werde ich sie diesmal nicht im Video einblenden, aber ihr findet sie natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung, wo ihr sie euch ganz einfach rauskopieren könnt. Das macht es dann auch für euch nochmal ein bisschen leichter. Diese vier Codes, wie gesagt, SSL Summer 18, This Is Not A Code, Ambassador's Rock und Secret Code geben jeweils 50 Star Coins. Das heißt, euer Star Coins-Konto ist 200 Star Coins schwerer, wenn ihr die vier Codes eingegeben habt. Jo, das war's von den Star Coins und gleich kommt dann noch das Video zum Set. Jo, das war's von den Star Coins.